so wir sind wieder da wird natürlich drei gestücke die folge seht ihr als eine quasi trotzdem sorge macht nichts macht nichts ja stark ab in vier minuten hier bitte geh raus bis nach dem spiel kurz du trost reinzukommen und schon läuft's mies für die austral ja wenn ihr die katzen auswärts soll das ist ganz wichtig dass das so schnell erzielt worden ist oh mein gott und venedig wichtig oder vermischt dass du oder pass war herrlich ja und große mit dem ausgleich somit steht fest es wird einen sieger geben das stimmt aber warum außerdem endet eins zu eins so nur wenn es eins zu eins endet ansonsten ja aber noch kann es theoretisch ja jetzt da jetzt da ist noch falsch aber wenn ein tor fällt dann ist gelaufen dann gibt es einen sieger das stimmt ja 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 Ich weiß nicht, was wir das jetzt haben. Ah, vielleicht okay. Hmm, schade. Jetzt kann es nicht ohne China ausgehen. Eieieiei. Und jetzt braucht die Austria Zweithorf. Ja, Benedikt, stark, stark, stark. Jetzt sind wir aber schon aufrein im Liga-Spiel. Ja, aber da war es auch erst in der zweiten Halbzeit. So wie eigentlich die zweite Halbzeit gegen die Austria am Anfang. Oh, so wollte ich das nicht. Jakob, sieht die gelbe Karte. Ja, Grünwald hat heute den Vorzug gegenüber Holzby bekommen. Sonst ist alles bemalten. Ach. 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 Oh, das ist ja. Ja, das ist ja nicht so. sucks wenn ich drückt ihn wie in den stempel drauf und ein mann ja schon besonders jetzt braucht er aus der drei treffer ja 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 gut, eigentlich die Chancen ausgewertet, wenn man sich das jetzt so anschaut. Und Kusser! Oh, stark in den 2-Cup-Spielen. Ja, jetzt spielt er auf der Position, wo er stark ist, ähnlich. So, ein Tor trennt die Austria noch vor ihrem Traum. Zwei. Oh, das war schon. Oh, mein Gott! Aber nochmal vielleicht. Oh, das war schon. Oh, das war schon. Oh, das war schon. Was kann man hier tun? Oh, das war schon. 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 Oh. Oh, das war schon. Oh, das war schon. Oh, das war schon. Ups Oh ja da gehst du vielleicht hin Haberer Schade, schade, schade Oh der ist verletzt Geh weiter Nope Boom Oh Oh mein Gott, was für ein Tor Geht schon, haut den mit dem Ferserl rein Alter Oh mein Gott Oh, war doch nicht Uh Nein 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 Alter, was war jetzt Absatz Gescheißen, alter Ja, alter Ja, alter Flick hin, flick hin ein bisschen, alter Hast du eh recht Wie kann das dort abseits sein, alter? Uh Uh Geh weiter Ja Ja Venedig träumt jetzt von der nächsten Runde Fitnessprobleme dürften du überhaupt keine haben Ja 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 Letzte Partikus Ja 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 Auf jeden Fall verdient gewonnen Venedig Gratulation Verdient eine Runde weiter Verdient eine Runde weiter In dieser torreichen Partie Okay Okay Highlights sind wir hier keine? Ja, leider nicht Na gut Dann War's das Wir sehen uns beim nächsten Mal Bis dann Haut rein Macht das gut Und ciao